Ich glaube, dass ich eines gelernt habe, ich kann sein, wie ich will, ich sollte irgendwie echt sein, ich kann mir nichts aufsetzen, wenn ich verwirrt bin. Und ich bin in Interviews sehr oft verwirrt, weil oft stört mehr Lampen und ich bin von einer Minute auf die andere so schlecht drauf oder irgendwie geht da raus. Es ist wie das Wetter, man kann sich zwar zu Interviews, gerade wenn man sich der Öffentlichkeit präsentieren möchte, gewisse Dinge zurechtlegen, aber einem Wahnsinnigen wie mir passiert es oft, dass das dann alles mit einem Wupp weg ist und ich bin so was von schlecht drauf und so was von launisch und komme irgendwie rüber wie das Allerletzte, so von wegen, ja und da ist Wien und da ist das und so, kann passieren, wird mir auch laufend weiter passieren. Nur tun da die Jahre schon das Irre. Ich glaube, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe, zu sagen, mit einer generösen Geste all diese Fragen wegzuwischen und zu sagen, ich habe mir gar nichts mehr zu beweisen.